Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Egal ob Oberhaus oder 2. Fußball-Bundessieger, bei Schalke steht im Sommer der nächste große Umbruch bevor und nun wurde auch enthüllt, welche Stars nach der Saison mit großer Sicherheit ihren Hut nehmen müssen. Im Aufstiegsrennen in der 2. Liga steht der Schalke derzeit mit 41 Punkten auf Rang 5. Der Abschnittsrendigationsplatz und Platz 2 beträgt gerade mal 3 Punkte, 45 Zähler, derzeit weder Bremen als Sabellenführer. Sprich, nach 24 Spieltagen ist noch völlig unklar, wer am Ende den Weg in die Bälletasche deutschen Fußballs antreten wird. Doch egal ob die Königswann im Sommer dazugehören oder eine weitere Runde der Zweitklassigkeit drehen müssen, der Kader von S04 wird sich laut der Sportbild deutlich verändern. Denn nach Informationen des Blattes wird es eine Vielzahl von personellen Veränderungen geben. Dazu gehört zuvor, dass die Torwartposition derzeit steht aber Martin Freisel zwischen den Pfosten, der kurz nach Saisonbeginn für Urgeschein Ralf-Hermann ins Zurückte. Doch laut dem Bericht werden die Zweifel an Freisel immer größer. Einer der Knackpunkte sollte ein schlechtes Stellungsspiel sein, dass in Tränen in den Videoanalysen vermehrt negativ aufgefallen ist. Obwohl der Vertrag des 28-Jährigen in Kürze ausläuft, gab es oftmals noch keinen Kontakt. Ein deutliches Zeichen. Neben Freisel könnte auch Denilatzer den Klub verlassen. Beim Kapitän gibt es zwei Probleme. Einerseits sind seine Zweikampfwerte für einen Defensive-Mittelfeldspieler deutlich zu schlecht. Er gewann gerade mal 42,6% seiner Duelle. Andererseits gab es zuletzt auch interne Querelen mit Dimitros Gramozis. Latza hatte den Trainer in seinem Rücken in der Kabine kritisiert. Zerfolgte eine Aussprache, das Verhältnis seiner Informationen von Sportbild aber gelitten haben. Sollte Schalke seinen Aufstieg verpassen, dürfte Gramozis keinen neuen Vertrag bekommen. Nur dann scheint auch ein Latza-Verbleib realistisch. Anders als Latza hat Ronald Ramfkel definitiv keine Zukunft mehr auf Schalke. Seine bisherigen Leistungen waren zu schwach. Auch Abfallkollege Marcin Kaminski muss angeblich bangen. Bei ihm wurden Probleme bei der Schnelligkeit ausgemacht. Anders sieht es dagegen bei Malik Chao und Kohitakura aus. Beide gehören zu Leistungsträgern in der Defensive. Man nennt man weniger bezüglich bei Malik Chao. Sind allerdings auch bei anderen Vereinen gefragt. Chancen, dass das Duo bleibt, bestehen nur, falls Schalke aufsteigt. Dann könnte es so viel die Option ziehen, die im Vertrag von Nitakura, der vom ManCity auf Leihbasis kam, verankert ist und 4 Millionen Euro kostet. Im Fall von Chao gibt es offenbar eine Gehaltssteigerungsklausel im Kontrakt. Der 20-Jährige steigt demnach in Kürze zu einem Salär von 1,3 Millionen Euro im Jahr auf und verdient damit doppelt so viel wie die meisten anderen seiner Kollegen. Dieses Gehalt wäre für die Königsbonne Liga 2 schlichtweg nicht zu stemmen. Und der UN-20-Nationalspieler könnte andererseits auch eine große Ablösung in die Klammkassen spülen. Der letzte im Bunde ist Dominik Drechsler. Er soll, wie Latzer, eine kritische Meinung zu Gramotzes haben. Hinzu kommt aber natürlich auch, dass ihn der Mittelfeldspieler bislang sportlich nicht empfehlen, geschweige denn durchsetzen konnte. Noch einmal ganz wichtig, dass wirklich nur basiert auf dem kompletten Bericht der Bild-Zeitung, also ob die da wirklich recht behalten. Ich finde es teilweise etwas zu drastisch. Wie bei Marcin Kaminski wusste man von Beginn an, dass er langsam ist, noch nicht der Schnellste ist. Bei Freisel, Latzer und Co. macht das sicherlich durchaus Sinn, wirklich mal genau drauf zu gucken, ob das mittelfristig Sinn macht, wenn es halt so weitergeht wie aktuell. Aber ansonsten, ja, gucken wir mal, was eure Meinung zu dem Bericht ist. Schreibt ihn mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.